Hallo, ich bin Lena und das ist Hanna und das ist Colin. Eigentlich wäre noch eine Kollegin von uns da, aber sie ist leider heute nicht da, weil sie Schmerzen hat. Danke noch an Leona. Und unser Projekt, selfte Wort, ist eigentlich ein Spiel, wo man Müll sortieren kann. Ja, man kann eben Müll sortieren und recyceln lernen oder es sich besser gesagt ausangewöhnen. Und man erhält 100 Punkte, wenn man einen Müll in die richtige Mülltonne wirft. Und es werden 50 Punkte abgezogen, falls man es in die falsche reinwirft. Das Spiel dient dazu, dass wir lernen, wo man Müll trennt und wie man es tut. Es gibt auch ein Highscore und die Zeit, um zu wissen, wie schnell man das gemacht hat. Und zum Schluss, wenn man höher hat als zuvor, dann kann man etwas, also den Dino verkleiden und so weiter. Ja, wir müssen jetzt noch 17 Sekunden warten. Danke an die Mentorinnen auch. Okay, jetzt kann man den Dino verkleiden, egal was man will. Und danke noch an Pia für die große Hilfe. Danke. 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 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020